und damit willkommen bei spoiler warnung unter dem video der lohnt sich reihe heute mal zur serie die medici masters of florence die serie behandelt die geschichte und den aufstieg der familie die medici viele dürften den namen in verbindung mit niccolo machiavelli kennen welcher vor allem durch sein buch der fürst bekannt ist welches er giovanni de medici zum geschenk machte der später paps leo der zehnte wurde die geschichte spielt allerdings einige jahre zuvor wie immer werde ich nur auf die erste folge eingehen und keinen größeren spoiler verraten ihr werdet nur im ungefähren verraten worum es sich handelt und ob sich die serie lohnt oder nicht in der hauptrolle haben wir hier die familie die medici unter anderem giovanni de medici und seine kinder lorenzo de medici und cosimo de medici den protagonisten gespielt von richard madden dem man unter anderem aus bodyguard und vor allem game of thrones kennt als rob stark die hier etwas älter ist aber immer noch eine sehr gute rolle spielt die serie behandelt hier zunächst zwei timelines und spielt in der vergangenheit als auch in der gegenwart in der gegenwart stirbt giovanni de medici durch vergiftung und sein sohn cosimo wird sein nachfolger während wir in der vergangenheit sehen wie er überhaupt ein so erfolgreicher bank hier und allgemein sehr angesehener mann wurde und seinen söhnen lorenzo und eben cosimo den protagonisten beibringt wie man richtig ans ziel kommt und wie man richtig handelt wir sehen die intrigen der damaligen zeit die serie spielt in erster linie in florenz was im heutigen italien liegt dabei haben wir natürlich auch weitere aspekte der damaligen zeit beispielsweise die kirche also auch der papst und natürlich auch die wahl des papstes welcher sehr wichtig für alle ist die neben vertreten oder eben nicht und natürlich auch die konflikte der einzelnen florentinischen familien der damaligen zeit wir sind hier auch natürlich weitere verbindungen zum beispiel kommen auch historische persönlichkeiten wie zum beispiel der künstler donatello vor aber auch weitere namen die eben zu der zeit gelebt haben weshalb die serie hier eine starke historische vorlage hat allerdings natürlich auch teilweise frei erfunden ist was hier offensichtlich sein sollte sollte auch keine dokumentation sein ist im übrigen aber auch ein disney original inzwischen zählt die serie auch ganze drei staffeln ich persönlich finde die serie eigentlich ganz gut gelungen sie erzählt halt zwei erzählstränge gleichzeitig vergangenheit als auch gegenwart wir sehen quasi wie es dazu kam und wie es halt weitergeführt wird wir haben hier auch eine familie im vordergrund was ich immer sehr gut finde und halt auch die verbindung von vater zu sohn zu enkel leben und das ganze funktioniert hier finde ich auch ziemlich gut und die charakter sind ja auch teilweise sehr unterschiedlich beispielsweise lorenzo und cosimo haben beide sehr verschiedene eigenschaften und stärken wie schwächen was hier auch finde ich der fall sein muss bei einer solchen serie und die nebencharaktere kommen an sich auch immer gut zur geltung es gibt viele serien wie beispielsweise wikings die vom prinzip her ähnliches sind quasi auch die historische vorlage haben wo allerdings auch viele charakter quasi dazu gedichtet werden und sich teilweise deren stories im sande verlaufen was finde ich hierbei kein großes problem ist damit hier eigentlich alle charakter gut in szene setzt und auch auf sie eingeht bestimmte charakter sind natürlich nur mehr oder weniger easter eggs klar sie gab es damals wirklich aber bestimmte charakter sind vor allem halt cool wenn man halt weiß wer sie waren wie eben donatello beispielsweise oder auch bestimmte art liege der damaligen zeit zum beispiel kommt es dazu dass in der vergangenheit der papst stirbt was natürlich halt einen ersatz erfordert was hier auch halt wichtig für die familie die medici ist die dadurch auch ihren einfluss erweitert hat indem sie eben an den trigen und dergleichen beteiligt war und ich finde das ist bei solchen mittelalterlichen serien sowieso immer der hauptscharm damit hier gute möglichkeiten hat das damalige geschehen gut wiederzugeben das ist bei fantasy produktionen wie game of thrones beispielsweise auch sehr gut aber natürlich auch bei solchen ich sag mal realistischeren serien mit einer vorlage an die man sich zumindest größtenteils hält von den auftreten her und den dialogen finde ich auch dass es der damaligen zeit gerecht wird ist also nicht so dass es zu modern rüberkommt im prinzip wird das ganze finde ich gut eingefangen und das kommt dem zeitgeist auf jeden fall sehr nahe auch die kulissen sind finde ich sehr gut gewählt und die schauspieler sind finde ich auch gut gecastet beispielsweise sehen auch die beiden brüder die medici sich eigentlich ziemlich ähnlich wie ich finde und kleiden sich teilweise sehr unterschiedlich was wie gesagt finde ich irgendwo gut darstellt dass sie sehr ähnlich aber auch sehr unterschiedlich sind ich finde die übersetzung hier ist wirklich gut gelungen und doch giovanni die medici ist hier ein guter mentor und vater und hatte teilweise auch sage ich mal unmoralischere seiten an sich um an ziel zu kommen was halt seinen söhnen zeigt aber im großen und ganzen sind trotzdem alle die medici sehr besonders auch beispielsweise kosimus eigener sohn unterscheidet sich hier noch mal von ihm persönlich ich finde es allgemein immer gut wenn zwei erzählstränge vorhanden sind da man somit halt auch teilweise geheimnisse aufbauen kann auf die man halt später eingeht oder andersherum allgemein erzählen sich oder ergänzen sich zumindest die zwei story stränge immer weiter wir erfahren beispielsweise trotz dessen dass ihr vater eben tot ist wie er zu ihnen stand was er ihnen beigebracht hat und wir erfahren halt auch wie die familie dazu kam so mächtig zu sein und wie sie daran arbeiten noch mächtiger zu werden und das ganze zu safen weshalb ich hier auch quasi während der serie halt immer mehr sympathie entwickeln und auch immer mehr verständnis dafür haben wie wichtig es ist hat diese stellung beizubehalten und natürlich gibt es auch hier kontrahenten die sage ich mal nicht ganz so gut sind und wo es einem auch dann sage ich mal beim schauen klar wird warum man das halt eben verhindern will dass bestimmte personen an die macht gelangen oder in die positionen kommen ist aber wie erwähnt eigentlich das typische prozedere bei einer solchen serie wo es halt eben um adlige geht und mittelalterliche familien und ja richard madden ist ja wie ich finde eine sehr gute besetzung bereits als drop stark war er sehr gut und auch als cosimo performt er wie ich finde gut und wie erzählt auch die nebencharaktere funktionieren hier ziemlich gut die folgen sind auch nicht zu lang und es gibt auch nicht zu viele folgen weshalb das ganze hier zwar kompakt aber dennoch ausführlich erzählt werden kann man übertreibt nicht aber man untertreibt auch nicht und ich finde dass das hier alles sehr gut umgesetzt wurde und insgesamt habe ich da keine großartigen schwächen anzumerken ich finde auch den zeitpunkt wo die serie startet eigentlich sehr gut man könnte quasi die familie auch später zeigen wo sie weitaus mächtiger war aber das ist halt nicht der charme der serie es geht halt darum dass man hier quasi einen werdegang zeigt und nicht das fertige produkt sage ich mal klar man entwickelt sich immer weiter aber die anfänge zu zeigen weil eben in dieser form ist halt finde ich die beste möglichkeit also finde ich ja auch tatsächlich den zeitpunkt der gewählt wurde am besten eure meinung dazu in die comments wie fandet ihr die serie habt ihr sie gesehen wenn ich werdet ihr eine chance geben und was für serienempfehlungen in dieser art habt ihr wenn ihr da was interessantes habt gerne in die comments kann ich gerne mal reinschauen oder falls ich es kenne bereits in ihr review machen zu die medici kann ich natürlich auch eine ausführliche review machen solltet ihr das wünschen das lässt sich definitiv einrichten und natürlich auch zu weiteren serien wie erwähnt ansonsten lassen abo da aktiviert die glocke um auch immer eine benachrichtigung zu bekommen ist ja nicht mehr ganz so einfach auf dieser plattform natürlich könnt ihr auch gerne liken und uns auf instagram folgen link in der video beschreibung in dem fall würde ich aber auch sagen bin ich für heute fertig ich wünsche euch noch einen schönen tag genießt das wetter macht was draus bis zum nächsten mal haut rein das nächste ding erscheint richtig wenn es erscheint bis zum nächsten mal ciao und tschüss